okay hallo liebe zuschauer zuletzt ging auf discord einige ihr wollt natürlich wissen ob diese stimmen ich habe den verursacher der gerüchte kontaktiert und er ist nun bereit die wahrheit zu sagen seid ihr auch bereit hören dann hören wir sie uns doch mal an jetzt in diesem moment ich kann euch die app musik anbieten die ist einfach ganz cool nur als werbung nebenbei hallo liebe leute ich habe über den lieben flur gemeine lügen erzählt ich wollte mich dabei entschuldigt ich wollte mich dafür entschuldigen dass ich sowas gemacht habe und ja ich hoffe ihr verträgt vertrag verträgt euch wieder mit flur ja es tut mir leid auch meinerseits dass ich so ein schlechter mensch war ich hoffe ihr verzeiht mir auch dafür ja leute also alles auch ein bisschen blöd was er gemacht hat aber was passiert ist passiert kann wir nicht ändern letztendlich wurde jetzt mit diesem geständnis das ganze rückgängig gemacht also lasst uns ihm alle vergeben und dann alle die daran geglaubt haben die bitte ich jetzt zum anschluss an das video sich bei mir per kommentar der discord nachricht oder per whatsapp zu entschuldigen möglichst schnell also lasst uns wieder freunde werden tja was als nächstes beim video kommt weiß ich noch nicht das können mobile legends seien minecraft seien whatever also bis dann und ciao